Moin moin und hallo, mein Name ist Sipat, ich bin leicht erkältet und hier ist Modern Warfare 3 Singleplayer und jetzt hören wir uns erstmal kurz ab. Und weiter nach Spanien. Er geht nach Norden, genau vor die Tür ihrer Majestät. Woraus besteht die Frau? Ich weiß es nicht, aber für ihn ist sie wichtig. Dann will ich sie. Wir können über den Fluss näher herankommen. In dem Lager ist eine Fabrik, wo sie die Lieferung verstauen. Aber die Miliz im Hochland schlachtet seit Monaten Allah. Sie sind bestimmt überall. Makarov würde nichts unbesichert verschicken, wenn es nicht irgendeinem Zweck dienen würde. Und die Chancen stehen gut, dass der Bastard alles selbst überwachen wird. Wenn er wieder auftaucht, dann tun wir es auch. Nikolai, wir sind knapp außerhalb des Dorfes. Verstanden, ich hole euch in einer Stunde ab. Die Fabrik ist nicht weit weg. Makarovs Ladung sollte dort sein und leise vorgehen, los. Da ist jetzt mein zweiter Vorname. Die Miliz ist überall im Gespräch. So, dann ist jetzt die zweite Waffe dabei. Okay, schallgedämpft, das ist doch gut. Oh, wieder die erste Waffe. Eine M14? Ja, klar. Hm, pass. Wie gesagt, bin leicht erkältet, aber das schreckt mich davon nicht ab, hier das Let's Play für euch weiterzuspielen. Darf ich die mal abschießen? Äh, den wollte ich ja nicht umbringen. Ach, Menno. Na egal, ich krieg hoffentlich heute meine Chance noch. Ich renne mal ein wenig voraus. Zwei Feinde, 11 Uhr, ausschalten. Oh mein Gott. Ich schieße auch mal wieder voll daneben. Okay. Schlicht, muss ich jetzt ehrlich sagen. Das hätte ich besser machen können. Egal. Äh, Feinde, Feinde. Alter, habt ihr nichts besseres zu tun als hier. Mach'n ihr sie einfach vorher schon fertig. Du sag' mal, Juri. Du scheit'n! Da ist doch nichts mehr. Du schreist ausschalten, da ist er gar nicht mal. Ich hab' ziemlich heilig schon gebracht. Tut mir leid, wenn ich hier zu schnell für euch war. Ach, zu viele gibt's gar nicht bei mir. Okay, das sind doch etwas viele. Okay, ich mach' ja schon nichts. Euch darf ich nichts zugucken. Okay, bereit, Mann. Vorwärts. Einfach mal vorbeischlingeln hier, ey. Hätten wir alle ausschalten können. Runter von der Straße. Runter, schnell. Die liegt doch schon. Nur wenn ihr was seht. Habt ihr nachgeladen? Oh, der hat ein dickes MG. Ich könnte ihn ausschalten. Hm. Ja. Ah, jetzt wird gerobbt. Alles sicher. Sagst alles sicher, dann steh auf. Soap und Price, ihr seid meine Beschützer. Ja. Ey, der hat meine Lieblingswaffe. Sicher. Noch zwei auf der Brücke. Wir müssen sie erledigen. Warten, bis der Truck vorbei ist. Vielleicht darf ich? Jetzt. Vorwärts. Oh ja, was, wenn ich jetzt auf den Link geschossen hätte? Aha, Leichenständung. So fängt's an, ne? Dann kommt ihr deswegen in die Hölle. So eine Map für Multiplayer wäre gar nicht schlecht. Hopp, mach ihn ein Eier ab, bloß. Schleiden die Eier ab. Okay, ähm, das war jetzt etwas brutal. Ah, das kann ich gut. Das gefällt mir jetzt schon. Fresse halten. Ich brauche den Platz jetzt. Was kann man denn da? Okay. Oh, darf er ausschalten? Ja. Ich schieße nicht, bevor ihr sagt, ich darf sie töten. Ihr ordnet entdeckt! Ich schieße nicht, bevor ihr sagt, ich darf sie töten. Ich schieße nicht, bevor ihr sagt, ich darf sie töten. Ich schieße nicht, bevor ihr sagt, ich darf sie töten. Ich muss sich jetzt mit ihrer Hauptquartier in der Stadtmitte begeben. Dann gehen sie jetzt da hin. Na hopp! Mensch. Der wird richtig gepriert. Okay. Speedung. Schnell durch. Ups. Ähm. Entschuldigung. ich hab das zuhause können wir feiern das merke ich mir für multiplayer hk und fahrsempfer warte mal ich brauch die andere aufwärter alter alter hier geht es nicht weiter wir haben noch ein paar granätchen es kommt irgendwie leicht rassistisch weil das alles nur schwarze sind ich habe es gewusst ich habe es doch gewusst erst mal die granate nach vorne ich warte dass ihr vorgeht sonst gehe ich jetzt hier hoch hat er denn der shotgun in der hand ich treffe ja go nix was da tut er ja hör mal nachladen was wolltest du von mir ich hoffe es nicht schlecht vielleicht etwas langsam nach aber zack so feind oder freund so so wieso treffen dann die kugeln nicht so weit hier auch nicht mehr so da hört sich nix mehr so shotgun ist so geil juli ich komme ja schon juli ich komme ja schon ja weg mit dir du brach das teil jetzt mal ich brauche irgendwas ich habe genug genug für alle hier ja mit mir kommen ja dann ein paar million ach auf der linken seite versuchen das besser holt dass die waffen überhützt alles ding ist so alt das ist sicherlich was erlegt hier schon ja ich bleibe mich vor allem nicht stehen ob wirklich schneller ich habe keinen Bock mehr als sie noch vor der Zeit Absturz Ah, f**k Sie feiern Norsa von dem Turm da Juri mach sie fertig War ich eine andere Waffe Sie sind allein Hast eine große Milizgruppe zu uns unterwegs Dann heißen wir sie mal willkommen Führ mich hier an den Norsa auf den Dach Hm, Norsa wo? Ah, ich darf Norsa spielen? Ah, ihr wisst immer genau was ich mag Schieß Karmaten darunter Schieß mit den Norsa und mach sie alle Sie lassen die zwei Fahrzeuge und ein paar Truppen Mach sie fertig Hä? Hä? Hä, das ist ja mal absolut geil Lol Ah Blatt nach Zack Meine Dingsser da ist durchgeladen Mein Schottgang oder das Mein Typ irgendwas Ja, wir erstmal gleich auf die neue Sonnenskleidung Sie hätten sie in der Dach hinbringen können Wenn sie nicht Dach ist, ist sie schon unterwegs in Europa Ich habe recht Äh, nein, nicht in Europa Sie sollen sich immer schön von hier sehr weit entfernt halten Lachen wir mal hoch Ach, der ist schon tot Zack zack Evet Wir gehen langsam die Muni hier raus Hoppala OK Jetzt geht mir die Muni wieder hoch Ey, wir kommen langsam hier raus Der Turr So Da ist nichts mehr Jetzt wechseln wir erstmal die Waffe hier aus. Ich treffe ja gar nichts. Hab ich mir was gesoffen heute für oder aus? Da hab ich mich nicht getroffen oder aus? So. Er hat noch nicht. Schaltdämpfe ich grad gelesen? Ne, Ortbruch. So, jetzt machen wir meine Lieblingswaffe. Das gibt's ja aber nicht. Ich treffe auch nix heute. Langsamer spielen. Na ja, mach ich mal wieder die Waffe. Geh mir nicht auf den Sack. Boom. Oh. Aber ein wenig traf mir das ist nicht Luftpflicht, wenn ich grad vorbeilauf. Jetzt kenn ich mich auch schon zu Genüge. Keine Munition. Was habt ihr hier alles? An der AK. Na ja, gleich mit der Sprung. Uiuiui, das ist ja wie ein zweiter Weltkrieg. Aber ich sollte es ja eigentlich der dritte Weltkrieg sein, oder nicht? Ja. So, war die Tür. Hab's auch. Das hast du fein gemacht. Das Ding ist zwar halbmal rote gewesen, aber du bräuchtest anlaufen. Ich laufe mal vor. Hä? Guck mal hier irgendwo Deckung? Ja, da hinten. So. So, da ist auch mal weg. Ja, ich renn doch schon wie er so, oder? So. Ich hau doch schon alles nieder. Ich hau doch schon alles nieder. Alles feindlich, oder nicht? Er kriegt jetzt eine Granate. Und Kirche gesichert. Ah, was hat man da? Ohne Fett. Ich bin da. Ah, die blöde Tür kaputt. Oh ja. Ich bin da. Ah. Geil. Ziel erfüllt irgendwie nicht. Ach, shit. Naja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.